Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt mal wieder ein Speed Build. Wie angekündigt, bauen wir jetzt das neue Haus für die 100 Baby Challenge. Und es hat ziemlich lange gebraucht. Also normalerweise baue ich nicht so lange, aber ich habe jetzt ja ein komplettes Gerüst gebaut. Den Floor Plan. Was für mich sehr, sehr schwer war, weil ihr wisst, dass ich da nicht so der Profi bin. Vor allem, wenn ich halt das aufgrund auf alles bauen muss. Und ja, für mich war das schon ein bisschen hart. Also kann man nicht leugnen. Deswegen hat es auch in der Weile gedauert und ich habe teilweise auch einfach Räume vergessen. Ich habe erst die Kleinkinder vergessen und war so, oh verdammt. Und dann war ich so, okay, wir werden das schon doch irgendwie hier regeln von einem Leben. Aber ja, letztendlich hat sich da natürlich dann doch noch einen Platz gefunden. Ich wollte halt, dass die Kids halt oben quasi einen Bereich für sich haben. Und ja, also ursprünglich wollte ich erst einen Raum haben oben für Melody. Aber dann war ich so, okay, weiß ich nicht, ob das wäre. Also ich fand es schöner, wenn halt die Kids alle oben wären. Deswegen, ja, habe ich mich halt dafür entschieden, letztendlich. Und ja, ich rüttel auf jeden Fall noch viel an dem Ganzen rum. Und wir können hier mal kurz darüber reden, wenn man diese ganzen Sachen im Inventar hat. Dann lag das Spiel jedes Mal, wenn du irgendwas daraus platzieren willst. Und ich denke mir so, lass mich einfach in Ruhe. Lass es mich einfach platzieren. Es nervt mich. Also es ist schon fies. Also es hat mich schon sehr genervt. Also kann man nichts gegen sagen. Weil kann man mich halt normal bauen. Und zwischendurch dachte ich auch, dass man so ein Spiel irgendwie abstürzt oder so. Weil halt einfach irgendwelche Dinge passiert sind, die nicht hinten passieren sollen. Und ich so, also das ist zwischendurch. Kann man einfach keine Rückmeldung. Und ich so, hallo? Oh, das hat einfach richtig lange gehakt. Und ich so, hallo? Und es wäre sehr kritisch geworden, hätte ich das alles nochmal machen müssen. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Und ich bin sogar echt zufrieden. Weil, ja, also ich finde, ja, halt, vor allem das Außen und so sieht halt echt mal schön aus. Obwohl, das ja mal eine größte Schwäche ist beim Bauen so. Deswegen finde ich schon krass, ne? Ich habe halt auch nicht für alles Verwendung gefunden, was wir noch hatten. Ähm, aber das ist ja auch, denke ich, okay. I guess. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall viel wieder verkauft und so. Weil es einfach nicht mehr so viel Sinn ergeben hat, das noch zu behalten oder so. Und ich habe ein paar, also nicht so viele neue Sachen, aber so ein paar. Und, ähm, ja. Da habe ich jetzt normalerweise halt die Lampen neu gekauft. Hätte ich aber nicht machen müssen, weil wir hatten noch Lampen übrig. Aber es ist ja egal, letztendlich. Weil wir haben eh genug Geld, obwohl ich immer noch nicht weiß, woher es genau kommt. Weil wir haben ja wirklich alles mitgenommen eigentlich, ne? Deswegen ergibt das jetzt nicht so viel Sinn, dass das da irgendwie jetzt so gelaufen ist. Aber ich akzeptiere es einfach, ähm, ja. Ja, ähm, der Garten ist jetzt relativ klein. Und es ist natürlich auch jetzt auch ungewohnt, wieder ein zweistöckiges Haus zu haben. Das hatten wir ja ganz am Anfang. Die ersten beiden Häuser waren ja zweistöckig. Das letzte war jetzt ja, haben wir ja am längsten bewohnt. Und, äh, das war ja nur auf einer Etage. Aber, ähm, ich habe jetzt ja ein relativ kleines Grundstück gehabt. Und ich dachte, das wäre halt schöner, wenn ich das halt, also, ja, wenn ich da halt einfach mehrere Stöcke mache. Deswegen, ähm, habe ich mich halt dafür entschieden. Und, äh, ja. Also, ich bin, äh, sehr zufrieden, wie gesagt, mit dem, was halt ja jetzt so letztendlich dabei rumkam. Und ich hoffe, euch gefällt das auch. Dann ihr müsst es jetzt ja sehen, wenn ihr mal eine Challenge seht, so. Deswegen, äh, hoffe ich, dass es euch ja auch gefällt. Wir werden bestimmt ab und zu auch nochmal ein bisschen was ändern. Weil, ähm, dann kommt irgendwie wieder was Neues, dass, äh, Melody zum Beispiel eine neue Fähigkeit lernt oder so. Und dann, äh, muss ich wahrscheinlich wieder ein neues Objekt kaufen oder was auch immer. Außerdem könnt ihr so ein bisschen, also werdet ihr ein bisschen gespoilert, ähm, wie sie aussieht. Denn ich habe das Makeover vorher schon gemacht, bevor ich alles platziert habe und umgebaut habe. Ich habe für ihr Makeover auch eine Dreiviertelstunde oder so gebraucht. Weil, ähm, ihr hat zwar alles gestanden, das hatte ich auch auf Twitter gepostet. Ähm, aber es ist halt schon so, dass ich halt, ähm, so einen gewissen Stil beibehalten wollte. Und, ähm, ja, das, äh, auch auf jeden Fall. Also, ne, ich wollte es auch erst aufnehmen, aber so, ne, eigentlich nicht. Also, muss es nicht unbedingt sein. Ich zeige euch das einfach dann im nächsten Baby-Challenge-Part. Und, ähm, ja, das wird so schön. Ich freue mich einfach so, euch das alles zu präsentieren. Und ich bin richtig bereit fürs neue Haus. Also, ich habe es echt mal gebraucht. Ein bisschen Abwechslung. Auch wenn es ja grundsätzlich dieselben Möbel, etc. sind. Aber einfach, dass es anders aufgebaut ist, etc. Eine andere Welt wieder. Weil, ich fand es auch ein bisschen doof, letztendlich, dass wir ja bei Andi Uni und in der Baby-Challenge, ähm, in, äh, Samae Shuno waren. Ähm, ja, das fand ich halt ein bisschen doof, halt einfach, weil ich dann halt immer da gespielt habe, außer meinem privaten Spielstand so. Und das war halt ein bisschen, hm, weil an sich mag es manchmal schon sehr, 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 sehr gerne. Nur, ähm, war es mir halt ein bisschen, ja, es war halt zu oft am selben Ort einfach, ne. Und, ähm, in Andi Uni kann ich definitiv nirgendwo anders hinziehen, weil es sonst einfach zu teuer werden würde. Also, die, ähm, Apartments sind definitiv am günstigsten und das, äh, habe ich auf jeden Fall gebraucht, äh, in Andi Uni. Also, mittlerweile geht's, glaube ich, sogar, wir haben da relativ okayes Geld, aber ich würde da jetzt trotzdem nicht umziehen, weil das soll ja halt einfach so ein bisschen studentenmäßig auch sein, weil sie hat nicht so viel Geld und das wird sie auch niemals allgemein haben, deswegen, äh, also, außer halt, wenn sie dann mit der Uni fertig ist. Deswegen, ja, aber, ähm, genau, hier haben wir halt, ähm, die Möglichkeit, ja komplett auszusuchen, wo wir wohnen, etc. Und ich dachte, Willow Creek ist eigentlich ganz cool, weil ich habe noch kaum in Willow Creek gespielt, obwohl es ja halt, äh, eine Basegame-Stadt ist, so. Aber, ähm, ja, wo ich, glaube ich, am wenigsten drin gespielt habe, also, in Glimmerbroke habe ich noch gar nicht drin gespielt. Ähm, und sonst, Oasis Springs habe ich kaum drin gespielt und sonst, ähm, müsste ich gar nicht in der Stadt schon mal zumindest ein bisschen gespielt haben. Obwohl, Stranger Will, da möchte ich mal drin spielen, ähm, ich werde ja, also, ich mache ja immer durch Zufall bei meiner Legacy-Challenge, was da halt so passiert im Leben, äh, was die da für Merkmale und so bekommen und vielleicht, vielleicht werde ich das einfach mal dann machen, dass halt jemand halt dieses Bestreben von Stranger Will kriegt und dass die Person einfach dann daran interessiert ist und dass ich dann mal mich mit Stranger Will auseinandersetze, weil an sich finde ich es cool, ich habe es halt nur noch nicht selber gespielt, ne. Ähm, die Objekte, die da drin sind und so, ist halt cool und vor allem, wenn ich das dann einmal durchgespielt habe, diese Story, dann ist Stranger Will ja eine echt, echt hübsche Stadt sogar, ne. Deswegen dachte ich so, okay, wir, wir kriegen das schon hin. Deswegen, ja, mhm, genau. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das und, ähm, ja, ich, ähm, hoffe, dass ich jetzt auch demnächst wirklich mal, also, nächste Woche kommt dann ja wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es noch schaffe, die Legacy-Talents zu spielen, um das halt, um dann das Haus zu bauen. Auf jeden Fall wird dazu auch noch ein Speed bekommen, ob schon nächste Woche, weiß ich auch nicht, muss ich gucken. Bei Anime Crossing und Schule und so nimmt mir gerade Zeit weg. Kann man nicht leugnen im Leben, ne. Aber, ähm, ja, ist ja okay. Okay, und sonst, ähm, zeige ich euch, möchte ich halt auch, euch auch irgendwann mal zeigen, dann, wie ich privat spiele. Und jetzt hätte ich ja auch schon mal gesagt, dass ich das gerne machen würde. Nur müssen wir halt, äh, gucken. Also, ich möchte halt, ja, dann quasi erstmal, dass ich in der Legacy jetzt wieder vorbei, also vorankomme, wenn ich jetzt in der, äh, in der Generation 2, wenn wir da halt quasi, ähm, also wenn ich da jetzt schon Zeit gefunden hätte, dann wäre das alles easy gewesen, weil da bin ich ja schon so weit, dass ich eine richtige Family habe, wie ich das alles aufziehe und so. Und jetzt habe ich ja wieder nur eine Person erstmal. Und das ist halt ein bisschen, also da kann ich euch jetzt nicht so viel zeigen, wie ich privat spiele. So, deswegen, weil es, in der Legacy-Town geht es ja ums Familienleben, etc. Und das, ähm, ja, kann ich euch dann zeigen, wenn da halt so ein bisschen das in die Richtung geht mit, äh, Familienleben, etc. Und, ähm, ja, dann kann ich euch auch meinen ganzen Stammbaum zeigen und so, weil ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Und, ähm, ja, aber ich mache das halt mit so einer extra Seite, weil das halt ziemlich, ziemlich cool ist. Und deswegen, ja, möchte ich euch das gerne zeigen, weil, äh, ich stecke da sehr viel Arbeit rein, obwohl ich das gar nicht müsste, weil eigentlich sieht das keiner. Also, ich kann sein, dass ich das irgendwann mal veröffentliche, aber grundsätzlich denke ich mir so, äh, äh, äh. Also, ich mache es nur für mich, aber ich finde es halt schön, weil ich liebe meine Sims. So, ich habe immer eine richtig krasse Bindung zu denen. Äh, also zumindest jetzt, ähm, also in dem Fall, in der 100 Baby-Challenge, halt vor allem Melody. Die Kinder geht so, ne, weil in der Challenge, ist es mir halt, in Anführungszeichen, egal. Es, es ist halt so, ne. Also, ich meine, wir kriegen 100 Kinder, da kann ich mich mit jedem eine Bindung aufbauen, so. Das funktioniert einfach nicht. Und auch sonst, ähm, bei Andi Uni sind mir die Leute alle sehr ans Herz gewachsen. Also, hier ihre beiden Freunde da und, äh, sie selber. Und sonst in der Legacy sind mir halt richtig viele ans Herz gewachsen. Also, eigentlich alle, mit denen ich da zu tun habe. Also, beim Stammbaum, außer die halt, mit denen ich halt nichts zu tun habe, ne. Also, die dann zwar trotzdem zur Familie gehören, aber die halt nicht direkt, ähm, da reinpassen, sag ich mal. Also, was heißt da reinpassen? Also, ähm, mhm, wie soll ich das sagen? Also, wir sind verwandt, aber die haben halt nichts miteinander zu tun, einfach. Oder wenig, nur. Nur dadurch, dass sie halt, äh, verwandt sind, einfach, ne. Aber, ähm, ja, das kann ich euch ja dann alles nochmal ein bisschen genauer erzählen. Wir sprechen ziemlich oft über eine Legacy-Challenge irgendwie, ne. Aber irgendwie komme ich da auch immer drauf zu sprechen. Und wie gesagt, ich möchte euch das ja auch alles mal zeigen. Deswegen, äh, ja. Und, äh, ich freue mich auch schon, wie gesagt, so sehr darauf, euch Melodie zu zeigen. Weil die ist so, 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 so hübsch geworden. Und, äh, Spoiler, sie hat, ähm, ein neues Tattoo bekommen. Und ich finde, das steht ihr so, 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 so gut. Ich habe so lange gehapert, weil ich wollte ihr unbedingt ein neues Tattoo noch geben. Weil ich dachte so, das wäre cool, so. Und, ähm, ich habe jedes Tattoo, was ich habe, bin ich durchgegangen, um zu gucken, was ich da noch Cooles machen könnte. Also, was halt schön aussehen würde, oder, ne, was halt zu ihr vor allem passt, vom Charakter her. Weil, äh, klar, könnt ihr ihr jetzt auch einmal einen Totenkopf stechen lassen oder irgendwelche Engelsflügel oder so. Aber, ähm, das ist ja nicht Melodie. So, also wenn wir die 100 Baby-Challenge sehen, dann wissen wir, dass das nicht Melodie ist. Und deswegen, ähm, ja, werden wir, ähm, gucken, was dann halt, äh, wie wir das dann machen, ne. Also, und ich habe dann halt den einen PC nach oben gestellt hier und den anderen da unten, weil ich hatte irgendwie nicht so richtig gefunden, was ich damit machen will eigentlich im Leben. Also, ich wollte das natürlich behalten, weil das halt gut ist für die Kinder, etc. Und, äh, Melodie, äh, schreibt, das steht jetzt in ihrem Zimmer, weil ich sonst keinen Platz gefunden habe. Und ich dachte so, es könnte auch ganz cool aussehen, so. Also, dass sie halt da einfach ihre Ruhe hat. Weil ich werde die Tür noch abschließen, so wie immer. Weil ich keine Lust habe, dass alle an die Babys rangehen, etc. Deswegen, äh, ja. Ich hätte natürlich auch ein Babyzimmer extra machen können, so ein kleines. Aber, keine Ahnung, das hätte irgendwie nicht so ins Layout gepasst, fand ich. Deswegen, ja, ne. Aber ich, äh, bin grundsätzlich, wie gesagt, ziemlich zufrieden. Also, es sieht relativ süß aus. Es ist so alles da, was man so braucht. Und sogar noch ein bisschen mehr. Also, in Deko und sowas halt, ne. Ja. Und wie gesagt, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und ich habe, ähm, ich glaube, drei Stunden oder so fast dran gebaut. Äh, insgesamt. Ja, und das ist schon krass für mich. Weil normalerweise baue ich nicht so lange an den Sachen. Ähm, dadurch werden sie halt aber auch eben nicht so gut, wie sie sein könnten, wahrscheinlich. Ähm, aber ja. Wie gesagt, mein, ich bin sehr, sehr zufrieden. Vor allem mit dem Äußeren. Weil, wie gesagt, das ist ja meine größte Schwäche. Und wenn ich dann halt da klarkomme, ist es halt schon cool, ne. Ja, das Wohnzimmer ist halt sehr, sehr viel kleiner geworden. Das ist halt krass, ne. Also, unser altes Wohnzimmer war ja riesig. Also, es hat sich allgemein viel gewandelt. An sich ist das Haus, glaube ich, allgemein viel, 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 viel kleiner. Aber ich fand es schöner, jetzt so einen richtigen Schuppen zu haben, wo halt so, ähm, verschiedene Sachen zum, zum, zum Lernen sind. Also, halt die Werkbank, etc. Und die Staffelei. Das finde ich halt sehr, sehr cool. Äh. Ja, halt das quasi halt noch extra zu haben. Und vor allem, dass es drinnen steht. Weil, wir kennen Melody, die sich denkt so, äh, Brudi, nein, ich mach jetzt nicht weiter, weil es regnet. Ich habe meinen Schirm in der Hand. Es geht nicht. Deswegen, ja. Vor allem, ich hab hier etwas gemacht, was ich normalerweise nie tun würde. Nämlich die Tapeten als letztes auswählen. Ich hab das noch nie in meinem Leben gemacht. Also, ich mach das immer mit als erstes so, ne. Also, klar, ändere ich das auch nochmal. Aber an sich, äh, keine Ahnung, äh, irgendwie war das halt special für mich in meinem Leben. Aber, ähm, ja, vielleicht war das auch genau der Punkt, der das Ganze halt zu dem gemacht hat, was es letztendlich ist. Und das, äh, ist doch eigentlich ganz cool, ne. Ja, wie gesagt. Ähm, ihr müsst mir unbedingt sagen, was ihr davon haltet. Ob ihr das gut findet oder ob, ob ihr irgendwas anders gemacht hättet vor allem. Und das interessiert mich immer sehr, weil, äh, jeder baut halt anders, ne. Ähm, und können wir darüber reden, ähm, dass ich, dass meine Sachen in der Galerie, die letzten Sachen, die ich hochgeladen habe, die ersten beiden, dass die ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Downloads bekommen dafür, dass ich ja kaum Follower oder so habe. Ähm, ich weiß nicht, warum die jetzt so krass gefunden werden und so krass gemocht werden. Also, davor war das krasseste, die erste Simsie-Shell, die ich hochgeladen habe. Ähm, und, ja, die sind halt schon weit darüber, so. Und ich so, okay, what happened? Also, ihr könnt mir natürlich auf Origin auch folgen. Ich heiße da Mooligirly. Ähm, ja. Da könnt ihr das auch, also das hier könnt ihr nicht runterladen, aber ihr könnt andere Sachen runterladen. Ich, also, ich überlege, ob ich das hochlade. Könnte ich gar nicht machen. Ich werde es auf jeden Fall speichern. Ja, und, ähm, dann gucken wir einfach mal, wie es dann aussieht. Ja, wenn ihr das, äh, haben wollt, dann kann ich es bestimmt hochladen. Wenn ihr es nicht haben wollt, dann mache ich es nicht unbedingt, weil das ist halt, ja, es ist halt die Baby-Challenge, ne? Deswegen, ähm, ja, es ist ja vor allem einfach Melodies Haus. Und ich weiß nicht, ob jemand anders halt genauso wohnen würde, weil es halt, es ist halt genauso, wie sie wohnen würde. Und ich meine, ihre Häuser seien immer sehr, sehr ähnlich aus zu dem, wie es jetzt aussieht. Dementsprechend, ähm, ja, ne? Das wird sich ja wahrscheinlich auch niemals ändern, weil, ja, ne? Sie ist halt Melody. Und Melody, die ist halt so. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich heiße auf Origin Mooligirl, falls ich das so nicht gesagt habe. Das findet ihr auch nochmal in der Beschreibung stehend. Da findet ihr auch mal die ganzen Social Media Sachen, wenn ihr da auch mal gucken wollt. Falls euch das interessieren sollte. Den, äh, da bin ich manchmal lustig. Aber nicht immer. Aber manchmal. Man kennt's. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.